hey Leute willkommen zurück zu Battlefield wir wollen mal heute wieder Frontlinien durchwichsen hier ich wollte den nur anhitten eigentlich aber der war schon so hin der Kollege okay alter manchmal bin ich zu blöd ja zurecht alter zurecht stellt mich an meinen eigenen Gas wenn ich so dämlich bin na komm gehen wir hier rein da muss ich dann einschränken wir werden zurück wenn er mir so fliegt ja kein Schaden da ist alles voll da unten den hab ich gar nicht mitgekommen den Arsch ja zurecht ey den hab ich überhaupt nicht gesehen naja so beginnt die Runde wenigstens schön zweimal wegen Blödheit was aufs Maul das passt schon so oder so lernt man tjo dann probieren wir mal ne versuchen es mal hier rum ne erstmal hier lüften das ist immer Fakt 1 lüften ist immer gut schauen ob wir das hier halten können wenigstens ich denke mal von da wird was kommen oder auch nicht oder auch nicht wenn dann kommen die von da rein da sind die da ist ja richtig was los ey ach komm du Panzerbüchsenschwanz ey sehr nett sehr nett ey steht mir nicht so im Weg seht ihr den nicht oder was ok ich wollt schon sagen ey der ist hin da ist noch einer geht doch geht doch so hinlegen das ist immer so ne Sache Kollege ich würde mich da nie hinlegen dort ich brauche mir jetzt schon ah gut er ist ja unten gegangen Nehmen wir mal Gasmaske rauf hier. Er schießt dich da aus dem Fenster, du. Ich hoffe, du hast einen weggeholt. Mit einem Dauerschuss. Komm, 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 komm. Mach hin. Was haben wir jetzt wohl? Das wird uns hier keiner wohl mehr nehmen, oder? Ey, hinter mir... Ach, ne, der liegt unten. Was habt ihr alle mit eurem Hinleben, Jungs? Das ist gar nicht so gut. Oh, die wollen uns hier rausräuchern. Schau, wie der aus dem Fenster geflogen ist. Jetzt kommen wir nicht raus hier. Wird schwer sein, rauszukommen jetzt. Komm, wir probieren's, komm. Hilft dir nichts. Ja, ist klar, dass da wieder irgendwo einer rumsnipet, ey. Komm, der müsst ihr machen mit euren Pneumotten. Ne, ich hau ab. Oh, oh. Hab ich mir doch schon gedacht, Alter. Wenn die da so liegen. Dass da irgendein Schwengel noch rumhängt, ey. Kurz mal... Kurz mal verschnaufen hier. Okay. Hey, Kollege. Ui, den hab ich spät gesehen. Da ist noch wer. Ey, jetzt häng ich hier an der beschissenen Lampe, ey. Komm, wir haben das Eferlohn und wir können hier zurück. Gehen wir gleich zurück. Die Jungs sind immer noch hier, ey. Mit wem habt ihr denn hier gefeiert, die ganze Zeit? Lass mich mal rein. Ey. Was für ein beschissenes Aim, ey. Der lebt bestimmt noch, oder? Ja, komm, den werdet ihr aber schaffen da draußen, ne? Okay. Er liegt da vorne. Ich wette, er ist gleich hin. Jawohl, was sag ich? Oh, da ist einer. Okay, nervöser Zugrungen hier. Ich hab keine Granaten mehr, verdammt. Ey. Warte mal. Achso, das bist du. Panzer. Ja, komm nur, komm. Was war das jetzt da für ein... Für ein Auftritt, ey. Oh, die sind da drüben drin, die sind da drüben drin. Tschüss. Guck mal, er... Achso, er ist tot, ey. Ich wollte gerade sagen, er liegt da und macht nichts. Er hat schon niedergerafft. Ja, der liegt. Ja, die bombardieren, sonst hier nur reinkommen die nicht, ja. Doch, da ist einer. Shit, ey, da... Wenn ich die Maske hochziehe, dann kommen die Schwengel, ey. Ach, wie... Wo ist der Sani? Ist der unten an der Treppe, oder was? Egal. Wurscht. Zack, gehen wir hier rein. Wir passen uns hier an, da. Die Jungs können nicht richtig pushen, also was soll ich mich da jetzt auf dem Kragen riskieren, ne? Werden wir uns halt hier defensiv verhalten. Machen wir da schon mal auf? Die Granaten da besser reinfliegen. Kommt da auch noch rein. Da auch noch. Sehr gut. Damit ich Trottel die nicht wieder gegen die Scheibe schmeiße. Hier, das nehmen wir auch noch. Oder? Warte mal. Doch, da ist doch einer gewesen. Zack, ich doch. Oh, 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 oh. Da kommt Besuch jetzt. Ich werde den Granaten aufpassen. Nicht blocken, bitte. Wie der da durchgepackt ist. Ich treffe ihn doch, ey. Und dann... Es gibt's da nicht. Oh, das war Glück. Und noch einer. Fuck you. Aber der hat ihn geholt. Sehr gut. Dann komm, dann retz mich, Alter. Er kommt. Ey, du bist der Beste. Vielen, vielen lieben Dank, Kollege. Achtung. Das gibt's da nicht, ey. Vielleicht so. Okay, der ist hin. Das ist unser Treppenhaus hier. Ich hab nichts mehr. Ich brauch mal hier die Uni. Wir sind da vorne in den Ecken. Oh, hier ist schön Betrieb im Treppenhaus hier. Oh, wie viele hier drin sind, ey. Leute. Oh, schade, das andere. Machen wir mal auf, da die Bude, ne? Okay, komm, wir müssen nur raus hier. Aber nicht ohne meinen geliebten C4, ne? C4 muss immer sein. Okay, komm. Gucken wir mal, ob wir irgendwo rumkommen, ey. Scheiße, die sind schon bei D. Oh, oh. Oh, oh, das ist immer risky. Das ist risky von hinten am Tanzern. Jo, sag ich ja, ist risky. Das ist halt gefährlich, ne? Wenn da drin dann einer spawnt, ey. Man hat ja gesehen, die zwei Hankean hatten. Da war keine Sau, ne? Und dann ist da drin einer gespawnt und der knallt einen dann gleich ab. Aber man kann es ja probieren. Was war, also. Was war der Kollege? Hm. Ja, guck mal, ist eh D, ist eh schon verloren. Können wir eigentlich gleich wieder reinwischen hier. Bringt nichts. Bringt nichts. Gehen wir wieder ins Treppenhaus hier. Wir haben hier schon Munition, das finde ich gut. Hier auch. Sehr schön. Okay, die Jungs bleiben mal da drüben. Ich bleibe aber hier. Hier können wir sehen, ob die von hinten kommen, ne? Die können ja im Hof auch reinnehmen. Aber im Moment. Aber man kann noch nicht sehen, ob welche hier sind, ne? Da ist das Problem jetzt. Es könnten schon welche im Hof sein, ne? Nö. Keine Sau hier. Ich glaube, das wird hier ne Belagenung, ne? Wir werden immer zwischen D und E pendeln. Ist meine Vermutung, ne? Aber egal, ne? Spielen wir halt mal so eine Runde, was soll's. Ey, sehr schön. Hehehe. Und das mit der Scheißautomatik. Oh, oh. Oh, der hat auch gleich hier reingeschöppert, das Arschloch. Schau, der hat sich so in die Treppe reingekniet, da sieht man nicht mal mehr seine Beine, ey. Oh. Was? Wo? Hä? Wo war der denn jetzt, bitteschön, ne? Vor allem, der steht immer noch da, die ganze Zeit. Ach komm, da ist doch wohl keiner von den Hackerschweinen, oder? Guck mal, er steht da einfach. Wo, allen Dingen, wo steht der? Würde mich mal interessieren. Hm. Merkwürdig. Okay, wir haben wieder hier. Können wir wieder versuchen. Ach komm. Der Scheiß, SMG 08, ey. Im Grunde genommen, wenn die nicht verboten ist auf den Servern, muss man die Waffe halt nehmen, ne? Als Sturmsoldat, weil... Die ist halt jeder anderen da überlegen, ne? Die da hast. Aber ich weigere mich immer, so, ne? Irgendwie weigere ich mich. Ich knall lieber mit der Automatik hoch. Ich find die gut. Die Scheiß drauf, dann gehen wir halt ein paar Mal drauf. Dann wird ja die Schwanzwaffe benutzt, ne? Rennen wir gleich mal wieder rüber. Auf zum nächsten Treppenhaus. Das ist hier. Wir müssen nur noch Treppenhaus feilen. Oh. Hat der den? Na, der ist hin. Der hat den nicht. Na, der ist genau in so einem Winkel, wo ich den nicht... Na, den nimm aber. Nehmen wir halt den. Er liegt schon wieder da. Was hast du immer mit deinem hinlegen, ne? Gleich drehen wir um, da ist er wieder platt. Okay, das haben wir auch. Eingenommen diesmal. Ja. Na, dann komm. Ey, ich... Geh doch mal aus dem Weg, Alter. Leck mich doch. Der hätte doch hin sein müssen, der Arsch, ey. Oh. Gib mal Heilung hier, komm. Na, dann nicht. Jo. Dann nicht. Ach, der ist in der Seitenstraße, okay. Jo, das finde ich in Ordnung. Hättest du mir vorher Heilung gegeben, hättest du mir die hochholen müssen. Na, 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 na. Der ist mir zu risky da. Ja, die sind schon bei C, ist logisch, ne? Wird schwer hinzukommen sein jetzt. Aber wir probieren's. Oh. Oh. Der kommt. Der kommt. Oder von uns. Ah... Schau, er ist einfach weitergerannt. Jetzt ist noch einer schnell hier rein. Komm, 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 komm. Schaffen wir. Sehr gut. Auf der anderen Seite. Oh. Wo ist der? Der liegt da wahrscheinlich, ey. Oh, shit, ey. Boah, wie viele da reinkommen. Ah, das wird schon wieder schwer. Holt er mich oder nicht? Das ist jetzt die Frage, ne? Okay, hier ist richtig. Betrieb. Auf der anderen Seite sind welche von uns. Das ist schon mal gut. Tschüss. Äh, äh, äh. Tschüss, sag ich doch. Da ist irgendwo einer. Äh, echt, das kommt der da um die Ecke. Äh, das ist ja nicht, sehr nicht schon mal rein. Heilung nochmal. Ich liebe diese Sprengerei. Äh, da ist einer drin. Und noch einer. Ja, Quatsch, Alter. Schau, und der eine hat noch nicht mal was gescheckt. Der ballert immer noch aus dem Fenster raus. Hier werden die Leute hinter ihm abgeschlachtet. Was sollst, ne? Hauptsache ich kann aus dem Fenster ballern, ne? Die Jungs sind da noch, ne? Komm. Ne, woher? Okay, da kommt wieder einer. Komm, komm, komm. Komm schon. Ja, ja, die haben richtig Bock. Schau mal an die Karte. Tschüss. Den hab ich hier in die Decken geballert, ey. Komm, komm du auch. Komm, komm. Komm, 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 komm. Der eine bewegt sich nicht. Der hat keinen Bock jetzt. Ey, mach mein Sprengstoff nicht hin hier. Ey. Hier ist ne Bewegung, ey. Ich hör nur Footsteps. Ey, wo kommt der nachher? Verdammt. Gut reagiert. Und komm, der Nächsten. Jetzt. Komm, komm. Tschüss. Dr. Germany, es tut mir leid. Einfach geiler Name. Tut mir leid, Dr. Germany. Nimm's nicht persönlich. Ey. Collagen. Kommt rein einfach hier. Kommt, da kommt der Nächste. Oh, oh, drüben ist ein Panzer, ey. Der anfängt hier rein zu ballern, ne? Tschüss. Tschüss. Oh, oh. Ja. Warum fahrt er nicht hin? Wie hat er das überlebt? Dr. Germany hat seine Rache gekriegt. Zurecht, mein Freund. Für die Sprengerei. Ja, das war's. Ich denke, jetzt haben wir das verloren hier. Jo. Können wir gleich hier hinten. Komm, gehen wir gleich hier hinten. Wo sind wir noch? Hier hin. Gehen wir gleich wieder rüber. Auf ins Treppenhaus. Oh, oh. Na, oder doch? Komm, wir rennen hier rein. Sehr gut. Ja. Oh, oh. Wo sind die Schmengen? Wo sind die? Da kommt einer. Okay. Lassen wir mal liegen, ne? Schauen wir mal. Jetzt machen die hier Krach. Jetzt wissen die, dass wir hier sind. Können wir wieder einen wegdynamiten. Wo sind denn die Schmengelste? Da drin, oder was? Oh. Oh, der hat mein Dynamit kaputt gemacht. Gehen wir weg, Kollege. Okay, die wollen uns hier ausräuchern. Da vorne, hey. Schau's dir an. Ah, ich kann nicht anvisieren jetzt. Okay, mach mal. Schieß mal da. Da kommt einer. Tschüss. Ja, 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 Gas ist mein Wohlstand. Da kann der hier reinrotzen, wie ihr lustig seid. Kommt, komm. Tschüss. Hey, wie viel habe ich denn heute schon wegdynamitet? Ich habe keine Ahnung, gell. Warte mal. Was sind denn die Schmengel, ey? Unten auf der Straße, ne? Oh, ich habe wieder Panzer. Oh, schnell, 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 schnell. Den auch noch. Und weg hier. Weg hier. Er wird hier reinschießen. Oh, oh, ich sage ja, der schießt hier rein. Ey, ich habe kein Dynamit. Verdammt. Ich brauche Dynamit. Jawohl. Tschüss, Panzerschwein. Ey, ich treffe den da nicht. Schau, und er liegt da unten. Habt ihr den? Wir haben den, ne? Hoffe ich. Hey, das war dumm. Das darf nicht passieren. Den holen wir da raus. Na, der ist schon rausgegangen. Ah, scheiße. Trümmer. Oh. Ist denn noch einer, der mich holen kann? Haben die alle weggespringt von uns, oder was? Sieht so aus. Ach, schade. Aha. Ihr seid hier unten. Guck mal, die sind über euch, Alter. Was ist denn mit euch? Schau, ich bin einfach an dem vorbeigegangt. Das war ein... Ey, was geht denn hier? Oh, 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 oh. Hehehehe. Hinten Kopf in der Wand. Könnte... Seid ihr hin oder holt mich einer? Oder wie sieht es aus hier? Alter, wie ich da in der Wand hänge. Ah, zurückgedrängt. Gut, jetzt braucht mir eh keiner mehr holen. Wir werden zurückgedrängt. Auf geht's. Auf geht's zum Treppenhaus. Oh, 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 oh. Jo. Oh, da hat er schön rasiert, das Schwein. Und hin ist er. So, komm, dann holt mich. Sehr gut. Nur ein Ziel. Muss hier rein. Kommt, Jungs. Ich bin schön brav hinterher. Komm, komm, komm. Warte. Oh, da drüben ist einer. Oh, was ist hier denn los? Okay, erstmal weg von dem Fenster. Jo. Das war mal wieder. Und am besten sofort noch zünden. So, dass man sie schön selber wegbringt. Noch einer. Noch zwei. Ey. Okay. Interessant. Guck mal. Was macht ihr denn da? Er hat gar nicht gecheckt, dass das ein Gegner war. Nun wird er schön weggeschaufelt. Wo bin ich hier? Ach so. Okay. Dann springen wir die mal da raus, ne? Haltet. Tschüss. Tschüss. Oh, schade. Komm, da ist dann noch mehr. Ich weiß nicht. Ich rieche das doch, dass da noch einer ist. Komm, wenn ihr da so schießt, dann... Tschüssi. Auch wieder Dr. Germany. Alter, wenn du das mal... Vielleicht, wenn du das siehst, Alter, es tut mir echt leid, Dr. Germany. Mit dem Namen eigentlich. Darf ich dich gar nicht umschlitzen, Alter. Oh, der geht schön runter. Und? Komm, da ist noch mehr. Ah. Hitmarker. Habe ich noch einen? Oh, nein. Aufheben. Nichts verkommen lassen. Aus damit. Ah, schade. Huh? Was ist denn hier los auf einmal? Oh, der ist... Ach, der hat mich schon, ey. Ich habe den jetzt auch so kurz gesehen, habe ich mir gedacht... Jetzt habe ich schon die Granate, die wollte ich jetzt reinschmeißen. Das Schwein hat mich aber umgeklatscht, ey. Ist hier keiner, der mich holt, ey? Oh, nein. Wir verlieren das jetzt auch, ey. Na, eigentlich nicht. Wir sind ja alle noch hier. Wo bin ich hier? Hier sind wir. Okay. Dann bleiben wir erstmal hier. Warte, der Panzer. Okay. Schmeißen einfach mal was. Er liegt schon wieder hier. Er hat sich schon wieder hingelegt. Komm, wichsen wir mal ein paar Granaten da rüber. Schaden kann es nicht. Ja, sag ich ja. Oh, hier ist richtig betrieben. Aber wir müssen rüber eigentlich, Jungs, ne? Eigentlich müssen wir rüber. Schau mal hier. Ah, ihr seid auch hier oben schon, okay? Ich wollte mal von hier oben runterschauen. Ey, da ist noch oben einer. Verdammt. Kommt ihr den? Sehr gut. Sehr gut. Schau mal, es ist nicht mal kaputt gegangen. Okay, gehen wir. Versuchen wir rüber zu gehen. Das hilft. Okay. Das hilft dir nichts. Ah, hier ist noch einer. Aber was soll ich mal. Ich probiere mal rüber gehen, ne? Wo, wo, wo? Hä? Okay, interessant. Interessant, ja. Jo, was sieht. Das beschwert sich auch keiner, ne? Dass hier irgendeine rumhackt oder so. Ich habe jetzt aber auch nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Aber so von den Dings sieht es nicht auffällig aus. Nicht allzu auffällig. Jo. Achso, wir können gleich hierbleiben. Ja, dann ist gut, ne? Gehe ich wieder in mein Apartment hier. Tank. Komm, fahr hier rein, Tank. Ja, ja, das ist gut. Muni-Macher brauchen wir hier. Das wäre echt nicht schlecht. Aber der ist wohl abgehauen. Scheiße. Hier, schmeiß mal eine Kiste hin, Kollege. Aber hier ist ja eine. Und wieder weg, die Kiste. Schmeiß mal hier Munition. Der hat nur die scheiß Packen. Wo sind die hier? Wo sind die hier? Oh, hier sind viele, ey. Oh, oh, der Panzer. Eben, noch einer, natürlich. Gut. Endlich. Tschüss. Oh, 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 oh. Ja, der Scheiß-Dynamit, ne? Das ist ein Spielzeug, das darf ich eigentlich gar nicht haben. Also in der Runde hier, also was ich hier wegdynamitet habe, das ist ja ekelhaft. Oh Gott. Die hassen mich bestimmt schon. Ja, natürlich ist hier noch Gas. Kommt da einer hoch? Zu Vorsicht mal. Ach, schade. Okay, der ist da drüben. Oh, der Panzer steht da, ey. Ich habe nichts mehr. Panzer steht da und ich habe nichts mehr ärgerlich Schau, er fängt auch schon an rum zu dynamiten Oho, da ist eine richtige Action Wo kam der denn jetzt hergeschlichen? Ah, die werden mich nicht holen, das kann ich vergessen Ey, wo bin ich? Ich, was? Alter, verpiss dich doch doch mal Ey, das gibt es ja nicht Jetzt verbrenne ich es, logisch, ne? Ey, wie ich da an dem festgehangen habe Oh Gott So was von beschissen da festgehangen Aber ist egal, wenn das jetzt ist, passt das eh Oh Gott, hier auch noch Koordinaten des Feindes wurden an unserer Artillerie übermittelt Wir gehen gleich mal zur A rein Okay, hier hat noch keiner, dann mache ich das Das nehmen wir immer gerne mit Ich habe mal zu Hause Nach Haus gefaxt Oh, schön Ja, es lohnt sich immer wieder Ja, es lohnt sich Es lohnt sich immer wieder Das Ding zu benutzen Wenn man kann Okay Kommt hier einer rein, oder? Warte mal, ich benutze noch Wenn die hier vorne bei B sind Vielleicht geht der ja hier auf B drauf Können wir da ein paar wegholzen Scheiß auf B Ist eh schwer zu verteidigen Oh, der Panzer, der Panzer Oh nein, nicht Dr. Germany Also Dr. Germany hat heute eine Menge Sprengstoff von mir gekriegt Der Arme Dr. Germany hasst mich Du Schwengel War natürlich noch einer Aber den haben wir mir jetzt weggemessert Der arme Dr. Germany Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert Eigentlich müssen wir rein, ne? Weil die Es ist ja nicht mehr lang Aber die dürfen Nicht alles wegbomben Das ist der Panzer Komm, wir müssen A beschützen Das können wir jetzt noch halten, ey Oh, 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 oh Wie viele da liegen? Sehr schön Nein, nein, Alter Die dürfen das nicht haben Das gibt's nicht, ey Die dürfen nicht so jetzt noch gewinnen Oh, oh, oh Ich werde immer nach Mitte Oh, oh Ach, hat er die Forma Forma Aber haben die alle weggespringen? Ich weiß nicht Uff, das war eine Runde Aber, geil Ich sage mal danke fürs Zusehen Und sehen wir uns in der nächsten Runde Ciao, ciao Irre Ciao, ciao